Oder die Hüftgelenksdysplasie beim Hund. Was genau ist eigentlich eine HD? Sie wurde erstmalig beim Deutschen Schäferhund diagnostiziert. Aber andere Hunderassen haben durchaus noch ein höheres Risiko, an HD zu erkranken. Also Menschen können die Hüftgelenksdysplasie haben oder auch Katzen zum Beispiel und auch noch andere Rassen oder andere Tierarten. Was genau ist das? Dysplasie bedeutet eine Fehlbildung und zwar in diesem Fall die Fehlbildung des Hüftgelenks. Das kann zum einen sein, dass hier die Hüftgelenkspfanne, wo also der Oberschenkelkopf drin liegt, dass die nicht so geformt ist, dass der Oberschenkelkopf richtig Platz hat und richtig da drin liegt und Halt bekommt. Sondern sie ist stärker abgeflacht und der Oberschenkelkopf ragt etwas weiter raus. Sodass also jetzt das Skelett diese Halteprozedur nicht hinbekommt. Und dadurch wird Muskulatur und Bänder, die werden viel stärker beansprucht, als es eigentlich vorgesehen ist von der Natur. Wie wird das nun gemessen? In der Mitte von dem Oberschenkelkopf, von da fängt man an zu messen, so von da aus wird eine Linie gezogen bis zum Rand der Hüftgelenkspfanne. So ist nun der Kopf richtig in der Pfanne drin, ist natürlich diese Mitte. Das ist ein bisschen schwer jetzt so zu zeigen. Ich mache gleich nochmal eine Nahaufnahme. Aber diese Mitte ist natürlich so, dass sich dann ein größerer Winkel als ein 90 Grad Winkel zeigt. Und zwar sollte dieser Winkel bei 105 Grad oder auch sogar noch mehr liegen. Ja und je weiter natürlich dieser Kopf raus ist, desto kleiner wird der Winkel. Also im Idealfall ist es Hüftgrad A. Das ist dann wirklich HD frei. Es kann allerdings auch sein, dass nicht nur die Pfanne abgeflachter ist, sondern dass es auch so leichte Verformungen an dem Kopf selbst existieren. Und sodass einfach eben, dass auch schon nicht so eine Passgenauigkeit erreicht werden kann. Der nächste Grad ist B. Das ist der Verdacht auf eine HD. Danach kommt C. Das ist natürlich eine leichte HD. Ja und es geht weiter mit D und I. Ist eine Hüftgelenksdysplasie bei Ihrem Hund diagnostiziert worden, dann suchen Sie bitte einen Hundephysiotherapeuten auf. Er zeigt Ihnen Übungen, die Sie in Ihren Alltag und auch in Ihre Spaziergänge eben mit einplanen können. Und so können Sie einfach Ihren Hund stärken. Sie können die Muskulatur fit halten, sodass die Beschwerden erst deutlich später dann auftreten können. Hier ist der Oberschenkelkopf natürlich in der Pfanne ziemlich weit drin. Wenn Sie hier einigermaßen die Mitte nehmen und dann zu dem Pfannenrand an die Linie ziehen, dann haben Sie den Norbergwinkel. Nicht alle Tierärzte dürfen ein Hüftgelenk nach HD beurteilen. Das sind ganz bestimmte Tierärzte, die das dürfen. Und das sind ganz bestimmte Tierärzte, die das dürfen.